Bhagavad Gita, Vers 2.15 O Bester unter den Männern, Arjuna, Wer von Glück und Leid nicht berührt wird, sondern immer ausgeglichen bleibt, kann ohne Zweifel Befreiung erlangen. Erklärung Jeder, der mit stetiger Entschlossenheit nach der fortgeschrittenen Stufe spirituelle Verwirklichung strebt und standhaft die unerbittlichen Angriffe von Leid und Glück erträgt, kann gewiss befreit werden. In der wahren Ashram-Einrichtung führen die Menschen, die sich auf der vierten Stufe des Lebens befinden, das heißt auf der Stufe der Entsagung, Sannyas, ein mühevolles Leben. Doch wer ernsthaft darum bemüht ist, sein Leben zu vervollkommenen, nimmt mit Sicherheit trotz aller Schwierigkeiten die Sannyas-Stufe des Lebens an. Die Schwierigkeiten entstehen im Allgemeinen daraus, dass man seine Familienbeziehungen abbrechen, das heißt die Verbindung zu Frau und Kindern aufgeben muss. Aber wenn jemand fähig ist, solche Schwierigkeiten zu ertragen, ist sein Weg zur spirituellen Verwirklichung sicherlich vollkommen. Daher wird auch Arjuna bei seiner Pflichterfüllung als Kshatriya der Rat gegeben, durchzuhalten, auch wenn es für ihn schwierig ist, gegen seine Familienangehörigen oder andere nahestehende Menschen zu kämpfen. Kshri Krishna Chaitanya nahm im Alter von 24 Jahren Sannyas an, obwohl seine Angehörigen, nämlich seine junge Frau und seine alte Mutter, außer ihm niemand hatten, der sich um sie kümmerte. Dennoch nahm er um eines höheren Zielswillen Sannyas an und war mit Entschlossenheit in der Erfüllung höherer Pflichten beschäftigt. Das ist der Weg, Befreiung von materieller Bindung zu erlangen.